Hallo und herzlich willkommen zurück! Hallo! Auch von mir herzlich willkommen zurück und glaube ich wünsche ich würde noch abdrehen. Wieso das denn? Weil ich hier schon wieder so komische Humpelmänner und Faxen mache. Die aber zu glück keiner sehen kann. Ah ja, okay. Ich lasse das einfach drauf beruhen und wir gehen einfach weiter. Und lasse ich den Uli da stehen. Wen da stehen? Dich. Mich? Ich komme doch schon hinterher. Okay. Ja, lauf, 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 lauf. Nein, verlass mich nicht. Verlass mich nicht. Lass mich nicht alleine. Hier, diese kleinen süßen Pupsel in klein haben wir gerettet. Da. Richtig. Guck mal, Quest. No shit. Ah, jetzt kommen die komischen Quests, die ich nie mochte. Die du nie mochtest. Ja. Dann wirst du sie lernen zu mögen. Nein. Doch. Nein. Doch. Ach. Genau, solange Nein sah. Achso, was wollten wir an Berufen eigentlich machen? Haben wir da schon mal was gesagt, weil ich hier gerade schnell Berufe sah? Nee. Nee, das, 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 nein. Dauert noch. Dauert noch, ja. Okay, ihr habt gehört? Dauert noch. Die Chi hat gesprochen. Dauert noch. Ja. So. Oh, cool. Der ist mir nie wirklich aufgefallen. Oh, stimmt. Hättest du das jetzt nicht gesagt, wäre es mir nicht aufgefallen. Was gibt's da? Nichts. Tollert. Ich musste grad. So, wo haben wir denn hin? Achso, ich wollte nur rund essen. Was? Hier im Spiel. Ihr habt dich nicht verstanden, du hast geknistert. Achso. Das ist jetzt wahrscheinlich auch in der Aufnahme. Ich muss essen. Denn ess. Ich ess doch. Ess doch. Oh, schlimm. Ich hab doch schon, ich bin doch schon dabei. Sehr gut. Also wir dabei. Ach nee, das machen wir anders. Das ist prima. Gehen wir in die Höhle da rein? Müssen wir, glaub ich, gar nicht. Schau mal. Nee, gar nicht. Auf die andere Seite. Wie ist da aus der Apokalypse, würd ich sagen? Ja. Also hier so. Da lang. Vierchen, ne? Ja. Ich komme. Bist du grad grad zeitlich gesprungen? So? Oder du meinst da? Weiß ich nicht. Du bist grade gel... Wie? Weiß ich nicht. Vielleicht leckt es bei dir? Naja, du bist grad ganz komisch gesprungen. So, das war grad mein Schild. Was? Super Action und so. Äh. Das funktioniert nicht so. Berg über Berg, 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 Berg. Alles Berge. Berg. Katze. Brauchen wir nicht. Ich weiß, welche wir brauchen so ne Hessling-Dinger, die man nicht beschreibt kann, weil sie mit nichts ausschauen außer helllich. Weil sie hässlich sind. Die sonst eins sehen, sie sind hässlich. Da. Die diese Dinger ja felschätser irgendwie. mein schild extrem viel schaden max hau ich schaden sagt hau ich nicht so das schild macht keinen schaden mein Schild des Rechers was zu tun mit einem Schlagzeichen schon die Hälfte des Lebens so ich habe schon zwei Koste cool ich bin Highlight kann kein Schaden machen ich hab doch nichts gesagt ich habe nur ich mein Gott noch mal ist er ich glaube ich habe mich so ein komisches das ist also wenn man schaut ob sie mir sehen ist ich habe schon zweifach in der Scheich wieder die Letzten wie immer jedenfalls. Alter, macht er Schaden. Sag ich doch. Unfair. Eine Attacke und das Ding zieht schon. Verstärker. Ich verbisse mich jetzt schon. Ich werde auf jeden Fall einen zweiten Speck machen. Ja. Keine Echte, irgendwie, ey. Wo bist du? Da. Verstärker ist eigentlich voll mein, ey. Ich weiß, die machen relativ viel Schaden. Also ich hab die, ähm, Dings im Schlacht so gesehen. Also wenn man sich hier entlang, hauen sie auf jeden Fall voll rein. Ich hab einen Schlüssel bekommen für was. Öffnet den Felshäzer-Käfig. Was ist denn der Käfig hinter dir? Nö. Okay. Kein Käfig in der Nähe, den ich öffnen könnte damit. Kommt vielleicht noch? So, greif an. Schon gut. Ja. Jetzt denkst du sie, sie wär awesome oder so. Ich glaub, mein Spätschang ist voll leiser. Du musst ihn lauter machen. Hm. Ich seh kein Käfig. Äh, ist alles voll leiser. Der ist bei mir auch leiser geworden, irgendwie. Ein bisschen. Stimmt allerdings, das ist mir gar nicht aufgefallen. So, jetzt ist er wieder lauter. Weiß, ich hab ihn jetzt auch mal ein bisschen laut gedreht. Äh, irgendwie ist er nicht besser geworden. Ah, schon besser. Vielleicht muss ich ihn einmal auf 100 drehen, so wie vorhin. Und dann nicht festzustellen, dass der denn immer noch zu leise ist. Äh, das kann gut sein. Oh, jetzt ist er laut laut, geht der so laut. Ja, ja, der stellt sich plötzlich so ganz spontan so... Oh, die hat ja lauter gedreht. Vielleicht soll ich den auch mal lauter machen. Richtig. Weil jetzt ist es schon wieder leiser geworden. Wo bist du, ne? Ich komme mal zu dir. Ich bringe ihn mit. Okay. Guck mal. Das ist nett. Boah. 4, 4. Jo. Hm, wir sind am Ende. Wenn du ein Käfig siehst, sag mir mal Bescheid. Ich sehe nur so einen komischen Fels-Hetzer. Da ist noch einer. Wo bist du da? Auch da. Keine Ahnung. Könnt man auf jeden Fall wieder den Sound, keine Ahnung, wie der jetzt wieder so Theater macht. Boing. So. Das ist ein Mund. Hm. Krösel, krösel. Ja. Und ich bin übrigens schon wieder krank, ne? Du bist schon wieder krank. Ja, ich wollte es nur mal anmelden. Weil ich irgendwie vor nicht allzu vielen Folgen schon mal krank war. Über mehrere Folgen hinweg. Ja, Heiler sind nicht so eine Sache. Man krepiert nicht, aber alles andere krepiert auch nicht. Obwohl das im unteren Level noch nicht so auffallen dürfte. Irgendwann irgendein Käfig, den ich aufmachen kann. Da! Und was auch immer das für ein Käfig ist, ich kann ihn auch machen. So, ich musste gerade husten. Das wollte ich nicht vor euch machen. Ich muss die Nase schützen, aber das erspare ich jetzt erstmal den Leuten. Ja, ich musste ganz drinnen husten. Ich habe mein Hals. Boah, kriege ich auch mal wieder dieses komische Pelz? Stirb doch. Den Käfig, da kann ich auch machen. Das einer drin. Ach da! Das bringt mir das, wenn ich den hier rauslassen, den Bösen. Weiß ich nicht, mach mal. Ich stehe hier hin. Außer, dass der anders ausschaut. Und uns angreift. Und ein bisschen böse ist. Sehe ich jetzt nicht unbedingt einen Unterschied zu den anderen. Hm. So, ich habe mal Screenshots rausgehauen. Zack. Der war ja nicht irgendwie special oder so. Ich glaube, wir kriegen jetzt mehr EP-Punkte. Hm? Ich glaube, wir kriegen jetzt mehr EP-Punkte, weil wir den gerettet haben. Gerettet wohl eher nicht, wir haben ja wieder irgendwo anboxt. Ja, wenn er dich anboxt. Der war ja böse, also war doch nicht zum Tretten. Also, ich habe fertig. Hahaha. Kann er auflachen. Der Witz des Tages. Kann er auch lachen. Mir fehlen noch zwei. No. Ich darf eine Truhe. Bäh. Hab sie zuerst gesehen, ich darf sie öffnen. Kommt zu Mama. Ja, mach. Zack. Ich liebe Truhe und öffnen. Ich mag sowieso alles öffnen und so. Uh. Moins. 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 Über die Wirklichkeit brauchst du. Moins. So, ich bin fertig. Das freut mich. Moins. Die habe ich dir doch gegeben. Ja. Bestellung. Du würdest dich... Ich habe immer noch die Geschlüssel. Okay. Finde ich gut. Lass mir den Geschlüssel. Finde ich gut. Bedeutet, wo das den Geschlüssel so dauerhaft behältst. Finde ich gut. Ich hoffe, beim Auslocken geht er nicht weg. Manche Schlüssel gehen mit dem Auslocken weg. War das doof. Ja. Ich hätte so gern Schlüssel. Voll schlecht mit dem nicht aus. Wie sieht denn aus? Äh, mit Schlüssel? Was soll ich dazu sagen? Schlüsselmäßig? Schlüsselt mich fast an. Cool. Er mag dich. Ja. Autsch. Autsch. Fußverrenkung. Aber wir rennen weiter. Wir rennen fröhlich weiter. Ja. Ein einziger brauner... ...Typ. Alle weiß und der ist braun. Rennst du hin? Ich habe mir den doch nur angeguckt. Und jetzt muss ich verkaufen. Okay. Und hier ist vielleicht so ein schwarzer. Den habe ich vergessen. Und das ist so ein grauer. Ich habe hier hinten erstmal die Quest ab. Ich verkaufe. Sie verkauft. Ja, und sie rennt immer weg. Ich bin begeistert. Ich glaube, wir müssen da auch noch in die Höhle. Weil es so lustig war. Ja. Und wir müssen noch da hinten. Hey, ich habe meinen zweiten grünen Gegenstand. Ich habe meinen ersten Stärkepunkt bekommen. Also die Hose brauche ich jetzt nicht mehr. Das hat sich erledigt. Du hast eine bessere bekommen. Ja. Die Ebene war besser. Ich könnte den Gürtel nehmen. Aber da hätte ich halt nur die Intelligenz von. Und besser ist sie auch nicht. Er auch nicht. Ich nehme einfach das, was mir bringt. An Gold. Ja, die Hose oder Dinge. So, abgegeben. Oh. Zwei neue Quests. Kriegen wir das ab? Darf ich die Quest hier oben schon annehmen? Ja, tu, was du nicht lassen kannst. Guck mal, ich frage wenigstens noch. Ich bin noch sehr stolz auf dich. So. Und die Midge wartet hier jetzt auf dich. Das ist nett. So, einmal, dann müssen wir in die Höhle, glaube ich, ne? Ja. Sieht nach Höhle aus. Wollen wir erst mal... Ja. Die Molochs machen? Die wundervollen, lieblichen Molochs? Ja, super. Ich freue mich. Ich liebe sie. Vor allem, wenn sie weglaufen. Dann könnte ich sie... ... immer so... Töten. Äh. Ja. Entschuldigung. Oh, hier ist noch so ein Händler. Die werden ja immer kleiner, die Dinger. Klar, wir müssen gleich nochmal Spielfeld erbauen. Was müssen wir? Wir fangen aber... Achso, nein, noch nicht ganz. Ja, mal gleich. Ja, gleich. Gleich schaffen wir noch Level 11. Überbestimmt. Dürfte nicht nur möglich sein. Und wenn, dann haben sie Pechte müssen sie bis zum nächsten Fahrer warten. Ja. Ah, tust du weh? Nicht mehr. So. Da ist ein Kätzchen. Wie geht's, wie geht's? Aber ein böses Kätzchen. Da ist ein böse... ...Dresh-Wurz. Ich hab Dreck... ...vergelesen. Sofern überfliegen. Können wir hier lang? Ja, wenn du direkt in die Pflanze laufen möchtest. Viel Spaß. Katze und Vogel. Toll, hier ist überall was. Rennen geradeaus. Ich bin durchgekommen. Ich auch. Wo sind die Molochs da? Sie haben ja eigentlich schöne Farben, ne? Wenn sie nicht so assi wären. Dann könnte man sie ja fast mögen. Mein Beutel. Anspruch erhoben. Aua. Kannst du den Zweiten haben. Ich hab da hinten auch einen. Anspruch erhoben. Ja, die Weißen. Ich kann schießen, weiß ich. Ja, ich kann den noch angreifen. Komm geniezt. Der weiße geht auch rein. Der hat lange Weile. Ja, nimm den mal. Aus dem nehmen. Ich nehme ihn, er ist tot. Also ich hab Anspruch auf das, was hier auch immer in der Nähe sein sollte. Da, guck mal, ist so ein Bosskick. Da, guck mal. Was? Sie ist schon Level Up und ich nicht. Oh, Level Up, genau. Warte. Du kannst ja gleich mal einen alleine töten, dann hast du vielleicht... Wie viel kriegt man durch so einen? Fünf... Das bringt mich nicht. Fünfzig. Wie viel hast du? Warte. Ich hab 6245. Sag mir mal, also gleich wenn du Level Up bist, müssen wir mal kurz gucken. Ja. Hab ich nämlich die kleine Idee, die können wir ja noch in dieser Folge machen. Mein Beutel. Sehr schön. Na mit dir. Ich hab aber bei Akku, das ist ein bisschen. Immer noch in der Welt, Alter. Nein, du hast mehr EP-Punkte als ich. Ja, was kann ich denn dafür? Ich hab nichts gemacht. Doch, aus dem Kampf. Das hat keine EP-Punkte für mich gebracht. Doch, irgendwas muss es bei dir gebracht haben. Irgendwas. Hat es nicht. Hat es aber nicht. Hm. Hm, also der nächste Ding ist der Goldmeer. Ich nehm das Wasserfass da hinten. Ich brauch eh keine mehr. Ich will aber das Wasserfass einfach ums zu öffnen. Na hier ist Wasserfass, was da hinten? Was da hinten? Du bist denn du Level Up, ey. Dauert noch. Ich hab ja gerade mal 96%. Was? Ja. Wieso hab ich so viel mehr? Ist das wegen, wahrscheinlich wegen der Klasse nachher? Weil du Schamane bist? Geht das bei dir schneller? Also, ich hab eigentlich, glaub ich, keinen Turboschub. Also sowas wie Mönche oder so. Hier ist auch noch einer. Hm, hab ich gesehen. Okay. Ich weiß nicht, was das sein könnte. Also hab ich ja mindestens sobald mehr als du. Mindestens. Oh. Guck dich jetzt an. Guck, achte drauf, wann du Level Up gehst. Fünf. Hast du schon noch eine Angriffe? Ja. Immer noch nicht. Nein. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Wo bist du? Hinter dir. Die wollen heute nicht, dass ich Level Up gehst. Den und den Pooling. Ach, sind beide so ne scheiß Zaubertüten. Immer noch, wenn ich Level Up. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Ich sag doch, die wollen heute nicht, dass ich heute Level Up komm. Weißt du was? So. Mach mal. Ich helf dir. Nö. Ich hab trotzdem Level Dings gekriegt. Hä? Wie ich trotzdem Dings bekomme. Jetzt bist du Level Up. Jetzt. Jetzt machst du noch einen Balken ohne mich in der Gruppe. Guck mal, da schwimmen drei. Oh. Synchron schwimmen. Deine macht nicht mehr mit. Äh, One Hit. Ja. Kann ich auch. Wie viele Punkte hast du denn? EP-Punkte jetzt. 539. Okay. Mach mal bis dahin. Versuche ich mal, dass ich irgendwie so in die Nähe komme. Wir machen schon wieder einen kompletten Überzieher. Achso, genau. Warte. Da können wir jetzt mal kurz ein Päuschen machen. Ja. Sonst dauert das schon wieder so lange. Richtig. Dann bis gleich. Bye bye. Bis gleich. Ciao, ciao. Ciao, ciao.